Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Heute ein wichtiges Thema. Es geht um die Libido, das heißt das Verlangen und die Lust und vor allen Dingen den Verlust eben solcher. Also ein Libido-Verlust, der in der Praxis sehr, sehr häufig vorkommt. Und nicht nur bei Frauen, sondern eben auch genauso häufig bei Männern. Es gibt Phasen im Leben einer Beziehung oder auch Phasen allgemein im Leben, wo man mehr oder weniger Lust verspürt. Das ist völlig normal. Es ist ein dynamischer Prozess. Es ist ein Kommen und Gehen. Hängt auch ein bisschen davon ab, in welchen Lebensumständen man steckt. Das ist ein großer Punkt. Jetzt geht es in diesem Video gleich nur um die Libido und hormonelle Verhütung. Was haben also die Hormone, die sich extern zugeführt werden, in Form einer Pille oder eines Stäbchens oder der Spirale zum Beispiel, Einfluss auf das sexuelle Verlangen. Denn ja, sie haben Einfluss. Und das ist das, was viele vielleicht gar nicht wissen oder unterschätzen, dass diese extern zugeführten Hormone natürlich auch die Libido ändern können. Dieses Thema Libido oder auch sexuelles Verlangen, Sexualität ist so wahnsinnig riesig komplex und von so vielen Variablen abhängig, dass man das unmöglich in einem Video verpacken kann. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was noch da Beeinflussfaktoren sein könnten, dann schreibt es mir bitte einfach in die Shownotes oder in die Kommentare, damit ich weiß, da ist der Bedarf da. Nur mal so grob vorweg, wenn wir allein die Hormone betrachten, auch die Hormone, die wir selbst produzieren, sind da allein schon 10 bis 15 mindestens beteiligt, die wir überhaupt kennen. Es gibt nämlich auch, und das ist ein kleiner Funfact, ganz unterschiedliche Konstellationen, auch hormonell. Wenn ich verliebt bin, also ganz frisch verliebt, kennen wir alle, kribbeln im Bauch und so weiter. Oder wenn ich dann schon länger in der Beziehung bin und aus dieser Verliebtseinsphase wird so eine manifeste, tiefgründige Liebe, da spielen auch ganz viele unterschiedliche Hormone eine Rolle. Zum Beispiel, das kann man sich auch gut vorstellen, ist es beim Verliebtsein so, dass da ganz viele Stresshormone auch eine Rolle spielen, wie Cortison, Adrenalin, Dopamin und natürlich die Sexualhormone, allen voran Testosteron. Das ist natürlich das männliche Hormon schlechthin, was uns die Haare spriezen lässt etc. Aber auch Frauen haben Testosteron, so genau wie ich zum Beispiel oder auch andere Männer Östrogen haben. Und dieses Testosteron ist auch maßgeblich darin beteiligt, an dem sexuellen Verlangen, an der Libido. Und genau darum soll es heute auch gehen, denn es gibt unter Umständen Hormonkonstellationen, die dieses Testosteron eben senken lassen und dadurch auch die Libido nehmen bei Menschen. Also rein hormonell bedingt. Diese ganzen äußerlichen Einflussfaktoren, Stress, Arbeit, soziales Umfeld, Beziehungen an sich, Vergangenheit, Medikamenteneinnahme außerhalb der hormonellen Verhütung müssen wir jetzt leider mal ausblenden, auch wenn es ein wahnsinnig spannendes und riesiges Feld ist. Da müssen wir uns heute ein bisschen zurückhalten und einfach nur mal die hormonellen Verhütungsmethoden beleuchten in Zusammenhang mit der Libido. By the way, noch ein Funfact, weil ich das Thema einfach so wahnsinnig spannend finde. Vier Prozent der Säugetiere sind überhaupt monogam. Dazu gehören zum Beispiel Störche, Schwäne. Das kennen wir alles von der Tierwelt, dass da wirklich eine wahnsinnig ausgeprägte Monogamie herrscht. Homo sapiens sapiens, also wir quasi, sind, wie man so schön beschreibt, zeitweise monogam. Das heißt, wir sind eigentlich nicht dazu konzipiert worden, monogam zu sein. Vor allem nicht die Männer mit ihren vielen Millionen Spermien. Und da gibt es auch riesige, tolle Studien zu, warum das eine Paar ein Leben lang zusammenbleibt und das nächste Paar vielleicht ganz viele Intermezi hat. Also irgendwo Zwischensprünge oder auch nochmal andere Beziehungen zwischendurch. Das nochmal by the way. Also vier Prozent ist schon wahnsinnig wenig der ganzen Tierwelt. Dazu gehören ja auch wir auf der ganzen schönen Erde. Ist überhaupt monogam und wir zählen eigentlich gar nicht dazu, sondern wir machen das manchmal so. So, nun zum Wesentlichen. Und hier muss man unterscheiden. Viele denken, nehmen die Pille und sagen dann, oh ja, ich habe jetzt weniger Lust. Oder nehmen die Hormonspirale und haben jetzt weniger Lust und verspüren da weniger Verlangen, was vorher aber da war. Und denken sich natürlich, da besteht jetzt ein Zusammenhang zu diesem hormonellen Verhütungsmittel. Und ja, die gibt es. Und jetzt muss man aber, jetzt wird es auch ein bisschen spezifisch gleich sagen, es gibt nicht nur diese eine Pille. Also man redet ja immer von der Pille. Und hier zeigt sich auch diese Komplexität dieses Themas und wie individuell auch eine Pille zum Beispiel ausgesucht werden muss. Ich fange aber mal vorne an. Wir haben sehr viele Hormone in unserem Körper. Wir haben sehr viele Proteine in unserem Körper. Ein wichtiges Protein ist das sexual bindende Globulin. SHBG heißt das, abgekürzt. Das schwirrt in unserem Körper rum und schnappt sich immer frei zirkulierende Sexualhormone, die gerade nicht gebraucht werden. Das ist also ein Magnet, kann man sich das vorstellen, in unserem Körper, der überschüssige Hormone wegschnappt. Die brauchen wir nicht, also werden die weggenommen. Je mehr von diesem SHBG in unserem Körper ist, desto mehr wird auch weggeschnappt. Das kann man sich glaube ich vorstellen. Das heißt frei flottierendes Testosteron, Östrogen, was auch immer. Die Sexualhormone werden natürlich dann auch vermehrt weggenommen. Jetzt gibt es Medikamente, die haben eben Einfluss auf dieses SHBG. Die können dieses SHBG steigern. Heißt für uns, okay, mehr SHBG, mehr Sexualhormone werden weggeschnappt, auch Testosteron. Testosteronspiegel sinkt also. Also habe ich weniger Lust. Und es gibt Medikamente, die genau das Gegenteilige machen. Die senken den SHBG-Spiegel oder beeinflussen ihn gar nicht. Heißt auch, die Testosteron-Konzentration bleibt oben. Die Lust, hormonell bedingt, bleibt erhalten. Und hier gibt es eben ganz große Unterschiede von einer Pille zur nächsten oder auch von der Hormonspirale zum Beispiel. Ich beschränke mich jetzt ein bisschen auf die Pille an sich, weil da ja diese zwei Komponenten drin sind. Da sind ja mal Östrogene drin, synthetisch hergestellt und auch diese Gelbkörperhormone, also das Progesteron und deren Derivate, die im Labor hergestellt wurden. Wenn ihr zu Hause eine Pillenpackung rumfliegen habt und guckt drauf und da steht Ethinylestradiol oder auch EE abgekürzt, dann ist das ein Östrogen, was in sehr, sehr, sehr vielen Pillen eben drin ist. Das ist so das maßgebliche Hormon, das Östrogen, was damals hergestellt wurde, wo man gesehen hat, das hat ja eine ganz tolle Wirkung. Dieses Ethinylestradiol steigert den SHBG-Spiegel deutlichst. Heißt also auch wieder im Umkehrschluss, senkt den Testosteronspiegel und kann unter Umständen eben auch die Lust senken. Estradiol oder Estradiol-Valerat sind auch Östrogene, die manchmal in so einer Pille drinstecken. Die haben eben weniger bis gar keinen Einfluss auf diesen SHBG-Spiegel. Das heißt, diese Pillen mit dem Estradiol oder Estradiol-Derivat sind, was die Libido angeht, besser geeignet. So, da sind nur die Östrogene, die in so einer Pille drinstecken. Davon gibt es drei, vier, die kann man sich merken, von den Progesteron-Derivaten. Also diesen Gelbkörper-Hormon-Derivaten gibt es mannigfaltig viele und damit eben auch ganz viele verschiedene, man nennt das Partialwirkungen von diesen Gelbkörper-Hormons. Das heißt, die haben unterschiedliche Wirkungen, was die Verhütung angeht, plus die Wirkungen, die noch aufs System übertragen werden. Chlormadinonacetat oder Zyprotheronacetat, wenn das auf eurer Pille steht und dazu noch Ethinyl-Astratiol zum Beispiel, dann könnt ihr sicher sein, dass euer SHBG-Spiegel auch wieder gesteigert wird. Das heißt, das Testosteron geht auch wieder runter. Lephanogastrel oder Norethistoronacetat sind auch zwei Gelbkörper-Hormone synthetisch hergestellt. Die haben weniger bis gar keinen Einfluss auf SHBG. Heißt, die wären wieder ein bisschen besser geeignet, wenn das Thema Libido-Verlust wegen der Pille im Raum steht. Drosperinon oder Dionogest, auch noch zwei Gelbkörper-Hormone synthetisch hergestellt, haben gar keinen Einfluss auf SHBG, eignen sich eben auch, wenn es um Libido-Verlust geht. Und ihr merkt schon an diesen drei, vier, fünf Schlagworten, wie komplex das Thema Pille allein ist. Wenn jemand sagt, die Pille pauschal ist kacke, dann kann ich das nicht ernst nehmen. Wenn jemand sagt, die Pille pauschal ist toll, kann ich das auch nicht ernst nehmen, weil es einfach nicht die Pille gibt. Es gibt so viele unterschiedliche. Und wenn man sich damit auskennt und mit der Endokrinologie auskennt und der einzelnen Partialwirkung der verschiedenen Gelbkörper-Hormone und auch Östrogene, dann kann man auch eine passende Pille zu der Frau zum Beispiel wählen. Aber es bleibt und ist ein Medikament. Und ich brauche irgendwie einen sinnhaften Einsatz eines Medikaments. Ob es die Kopfschmerztablette ist oder eben auch eine Hormonpille, die ja wahnsinnig viel Einfluss auch auf den restlichen Körper haben kann, gerade wenn man das Ganze schluckt. Also seht ihr auch, nicht allein die Pille macht jetzt das Gift oder diesen Libido-Verlust, sondern vor allen Dingen die Inhaltsstoffe. Ihr müsstet also jetzt mal zu eurer Frauenärztin oder Frauenarzt gehen und sagen, ich habe einen Libido-Verlust. Das ist übrigens Thema von Frauenärzten. Als ich diesen Post gemacht habe und eine Umfrage gestartet habe, haben ganz viele gesagt, ich wusste gar nicht, dass ich dieses unangenehme Thema vielleicht mit meiner Gyn besprechen sollte. Ja, auch wir beschäftigen uns wahnsinnig viel mit diesem Thema oder ich hoffe es zumindest, dass das KollegInnen tun und sind auch Ansprechpartner, gerade wenn es um hormonelle Verhütung geht und damit einen hergehenden Libido-Verlust. Und eine kurze Anmerkung noch, weil die Frage mit Sicherheit kommt, was ist denn jetzt mit meinem Stäbchen im Arm, was ist mit meiner Hormonspirale, was ist mit meinem vaginalen Hormonring? Macht das denn auch solche Unterschiede? Guckt auf die Packungen, was drin ist. Und diese drei, vier Punkte, die ich gerade genannt habe, die können sich natürlich auch wiederfinden, wobei die Hormonspirale ja nur ein Gestagen, das heißt ein Gelbkörperhormon in sich trägt und zwar das Levenorgestrel. Und da haben wir ja gelernt, das beeinflusst eben nicht so sehr die Libido, jedenfalls hormonell bedingt. In dem Sinne, ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert. Das ist so ein komplexes Thema, dass man das so publik fast gar nicht besprechen kann, weil es so viele Fremdwörter sind und so viele Partialwirkungen sind, dass man schier irre wird, wenn man davon noch nie gehört hat. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Packungen raussuchen und drauf rumlesen und sprecht es bitte auch bei euren Günz an, denn wir sind dafür da, euch da zu helfen, auch wenn es um das Thema Libidoverlust geht. Großes Thema. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.